Mein Name ist André Zügel und ich bin Polier bei Lernhard Weiß. Als Polier tut man das Zeitmanagement, die Lieferanten organisieren, koordinieren der Baustelle, die Arbeitssicherheit, die Baustellendokumentation, das Sprachrohr einer Baustelle sind hier. Wir bauen hier zwei Brücken an der A7. Die Herausforderung ist die ganzen unterschiedlichen Gewerke zu koordinieren, dass das in einem Fluss durchläuft. Also ich war zuerst Facharbeiter und da es mir immer Spaß gemacht hat mit Leuten und mit Nachunternehmern und mit Kollegen zu arbeiten. Da habe ich dann mich hochgearbeitet und dann habe ich eigene Baustelle gemacht. Das hat immer Spaß gemacht. Dann wurde ich zum Werkpolier und jetzt bin ich geprüfter Polier. So wie ich Zeit habe, packe ich mit an. Also ich bin schon an der Front, wenn es möglich ist. Ich halte die Leute motiviert, indem er auch mal Spaß hat. Mir gefällt, wenn ich nach zwei Jahren an ein Bauwerk hinkomme und sehe, das habe ich gebaut und das sieht immer noch geil aus.